Hallo, willkommen zu den DIVORK R2R Lightning Talks. Gleich geht's los. Kurz noch vielleicht, es gibt noch eine Möglichkeit teilzunehmen und zwar im Wiki ist dieses Gratitude Exchange verlinkt. Da dürft ihr gerne noch eure Dankbarkeit reinschreiben. Wenn ihr die irgendwie ausdrücken möchtet, wird die nachher vorgelesen. Ansonsten machen wir das einfach so, dass die Vortragenden sich stumm und ohne Bild schalten, wenn sie nicht dran sind. Und wenn sie dann dran sind, machen sie sich so, dass man sie sehen und hören kann. Auf das wir ganz wunderbare Vorträge haben. Es gibt auch ein Pad, wo ihr Fragen reinschreiben könnt. Das ist auch im Wiki verlinkt. Ja, ich freue mich auf die Vorträge und ihr euch hoffentlich auch. Als erstes geht es los mit Moritz und der Chaos Sticker Collection. Hallo, Moritz. Hallo, Ben. Ich hoffe, du hörst mich. Ich stelle jetzt einfach mal meine Folien. Super. Ich sehe die Folien. Hallo? Keine Folien? Ich sehe sie hier, aber wird angezeigt. Okay. Ja, jetzt sehen wir sie auch. Okay. Gut. Okay. Dann fangen wir mal los. Ich bin der Moritz. Ich will euch über ein kleines Projekt erzählen. Ich will euch über ein kleines Projekt erzählen. Ich will euch über ein kleines Projekt erzählen. Ich will bis zum nächsten Mal. ... ... Vielen Dank. Und die Katsache, dass Moritz anscheinend eine schlechte Internetverbindung hat, würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass wir den darauffolgenden Vortrag vorziehen und Moritz mal sein Internet rebootet und wir das danach weiter probieren mit dem Sticker. Okay. Das wäre also Tease mit Copycore und Pop Culture. Genau, hallo. Bin ich zu hören und zu sehen? Ja, gut. Hallo, ich will heute über zwei Problemfelder aus Musikerperspektive sprechen, die mich seit längerem umtreiben und für dich Notwendigkeit sehe, zeitgemäße der digitalen Welt angemessene Antworten zu finden. Ich mache das deswegen, weil ich nach Verbündeten zur Entwicklung von Lösungsmodellen suche. Das ist ein Problem da, Benjamin. Moritz, kannst du bitte dein Screenshare ausmachen, damit wir Tease auch sehen können? Bin ich jetzt zu sehen? Ja, jetzt können wir dich sehen, Tease. Wunderbar. Okay. Soll ich nochmal anfangen? Ja, ne? Also ich würde gerne heute aus Musikerperspektive über zwei Problemfelder sprechen, die mich seit längerem umtreiben und für dich die Notwendigkeit sehe, zeitgemäße der digitalen Welt angemessene Antworten zu finden. Und ich mache das, weil ich nach Verbündeten zur Entwicklung von Lösungsmodellen suche. Das eine Problemfeld, das ich sehe, ist das Urheberrecht, das sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu einer Art Leviativen, so würde ich das bezeichnen. Dazu, um das ein bisschen einzukreisen, schildere ich mal kurz die Geschichte, die sich im 20. Jahrhundert da so entfaltet hat. Also bis in die 1920er Jahre waren musikalische Werke nur sehr begrenzt, einheitlich, geregelt, geschützt. Das änderte sich dann mit der industriellen Vervielfältigung von Noten, Tonträgern, aber auch automatischen Klavieren. Das war zum Beispiel ein Mittel, um Musik zu verbreiten in den frühen, in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Bis in die 1960er hinein waren international die Laufzeiten für musikalische Werke eher kurz, beziehungsweise griffen nur, wenn die jeweilige Arbeit auch mit so einem Schutz registriert wurde. Das heißt, ganz viel wurde gemacht und war dann auch wieder frei zugänglich, weil niemand das registriert hat. Seit den späten 1970ern gibt es eigentlich so in den meisten industrialisierten Ländern eine gemeinsame Regelung. Die so mehr oder weniger mit verschiedenen regionalen Unterschieden eine Laufzeit von 70 Jahren nach Tod des Autors festschreibt. Das ist schon ziemlich lang, kann man sagen. Also es ist ja nachvollziehbar, dass vielleicht jemand seine, dass die Urheberinnen ihre Werke bis zu ihrem Tode nutzen können und damit was anfangen können und vielleicht auch noch die Erben und Kinder davon was haben können sollten. Aber darüber hinaus wird es auf jeden Fall problematisch. Das ist natürlich eine Praxis, die von den Verlagen und Rechteauswertern, die nicht die Musiker und Komponisten und Texter sind, initiiert wurde. Das ist lang und sicherlich verkürzbar, aber vielleicht gar nicht unbedingt das aktuelle Hauptproblem, das ich sehe. Denn vor der Digitalisierung wurde automatisch wieder viel vergessen, weil die Platten nicht nachgepresst wurden und die Noten vergilten und so vieles wieder in Fragmenten, ganz natürlich in neue Musikstücke einfloss. Das war damals ganz automatisch die Praxis und niemand hatte mehr einen Überblick, was eigentlich theoretisch noch gecopyrightet sein könnte, weil es dann einfach aus dem Bewusstsein geflossen ist. Heute sieht das irgendwie ganz anders aus. Die gesamte Musikgeschichte ist verfügbar und potenziell für jeden Präsent. Außerdem entsteht so viel hörbare Musik wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache, aber es heißt auch, dass bei den bestehenden Laufzeiten irgendwann alles melodisch, rhythmisch und harmonisch denkbare gekopyrightet sein wird. Streng genommen ist es das sogar schon auf der melodischen Seite. Seit der schlauen Initiative des Anwalts und Musikers Damien Reel, der 2020 einfach alle sinnvoll denkbaren Melodien schon mal algorithmisch exemplifiziert und registriert hat. Dazu gibt es einen ganz guten TED-Talk. Den kann man vielleicht nochmal ins Pad posten gleich. Das mache ich dann gleich, wenn ich fertig bin. Dann das zweite Feld, über das ich sprechen will, ist die aktuelle Praxis des Streamings. Weil das inzwischen auch schon 90 Prozent der Umsätze der Tonträgerindustrie ausmacht, auch in Deutschland. Die Abrechnungen der meisten Plattformen folgen aber nach dem ProRata-System. Ich erkläre kurz, was das bedeutet. Alle Umsätze werden in einen Topf geworfen und dann nach der Anzahl der Gesamtstreams wieder verteilt. Das heißt, wer viel verdient, bekommt noch mehr. Wer verhältnismäßig wenig gehört wird, bekommt noch weniger. Damit man sich das vorstellen kann, das ist in etwa so, als würde im Plattenladen an der Kasse der Kaufpreis meines Liebhaber-Punk-Albums mit allen in dem Monat verkauften Helene-Fischer-Alben verrechnet werden, bevor Geld an das Label oder die Musikerin zurückfließt. Es ginge auch anders. Alternativ dazu könnte User-Centric abgerechnet werden. Das heißt, wenn ich den ganzen Monat nur FX-Twin höre, bekäme FX-Twin auch alle Einnahmen aus meinen persönlichen Streams. Das würde Nischen und neue Musiker stärken. Dagegen stehen aber starke Eigeninteressen von Shareholdern und Lobbyverbänden, also den vier großen Musikkonzernen oder Multimediakonzernen, die oft auch noch wieder ganz andere Geschäftszweige haben, und den großen Lobbyverbänden, die eben daran interessiert sind, da schließt sich wieder der Kreis zum Urheberrecht, diese Praxis zu perpetuieren und eben auch möglichst viel, was schon etabliert ist, weiter auszuwerten. Aktuell gibt es zwar verschiedene politische Ansätze dazu, einen faireren Umgang zu erzwingen. In England gibt es gerade tatsächlich eine parlamentarische Untersuchung zu diesen Abrechnungspraktiken, aber so richtig zeichnet sich noch keine Perspektive ab, auch weil die beteiligten Politiker wie so oft nicht genau wissen, wovon sie eigentlich reden. Meine Frage in die Community, was habt ihr für Ideen dazu, damit anders umzugehen? Wäre es denkbar, andere faire Plattformen selbst zu entwickeln? Wie könnte ein auf musikalisches Arbeiten gedachter Open-Source-Ansatz aussehen? Ja, wer Lust hat, darüber mit nachzudenken, kann sich gern bei mir melden. Das war es von mir. Dankeschön. Wunderbar. Vielleicht magst du noch ins Wiki oder ins Pad schreiben, wie du am liebsten erreicht werden möchtest, wenn denn Menschen dich kontaktieren möchten. Ja, mache ich. Genau. Oder auch dein Link da, wo auch immer. Mhm. Cool. Wo ist denn das Problem? Das Pad ist hier nicht im Chat, sondern das Pad ist, wo finde ich das jetzt? Das Pad ist auch im Wiki verlinkt, oben, bei Fragen stellen. Achso, da kommt schon. Dankeschön. Genau. Ich sehe jetzt keine Fragen im Pad an Tease, von daher würde ich vorschlagen, dass wir mit dem nächsten Vortrag weitermachen, nämlich Search Engines Archeology von Ruhrow. Vielen Dank. Hallo, willkommen zu meinem Vortrag. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich share mal meinen Screen. Heute soll es bei mir um Suchmaschinenarchäologie gehen. Kurz zu mir. Ich mache das ein bisschen als Hobby. Mich kann man mit der E-Mail erreichen. Und ich bin irgendwie Mitglied zum Hackerspace in Graz, in Österreich, der Realraum heißt und mache ein bisschen das Backhaus jetzt. Suchmaschinenarchäologie besteht erstmal aus zwei Wörter, die gehen wir jetzt erstmal definieren. Eine Suchmaschine ist ein Programm zur Recherche von Dokumenten, die in einem Computer oder Computernetzwerk gespeichert sind. Hier ist ganz wichtig zu sagen, Dokumente ist allgemein. Hier geht es nicht um Text oder um HTML, sondern das ist für uns eigentlich nur ein Beiprodukt. Wir wollen allgemein Dokumente finden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden wir Dokumente? Hier habe ich ein Beispiel oder Daten, hier habe ich ein Beispiel rausgesucht oder gefunden. Wir suchen einen Fisch, der kein Lachs ist und im Norden vom Vereinigten Königreich schwimmt. Hier sollte eigentlich ein QR-Code sein, zu dem Cheat-Cheat. Hier ist der QR-Code. Er sollte eigentlich in der Folie drin sein. Ihr könnt es nachher ja gerne euch im Stream holen. Genau. Also wir formulieren eine Suchanfrage und sagen, erstmal wir wollen einen Fisch haben. Die Anführungszeichen machen, dass es exakt dieses Wort ist. Und sagen, wir wollen einen Fisch in Northern UK haben. Und da ist wichtig, beim Fisch ist nicht so wichtig die Anführungszeichen. Beim Northern UK ist sehr wichtig die Anführungszeichen, dass das Leerzeichen da mit dabei ist. Weil sonst könnte es auch Northern Europe irgendwas anderes unter den UK matchen. Das soll es aber nicht. Hier können wir dann noch sagen, wir wissen im Norden von UK ist auch Schottland. Also sagen wir Northern UK oder schottisch. Das geht einmal mit dem Pipe oder mit dem Ohr. Kommt aufs Gleiche und klammern ganz einfach wie in der Mathematik. Das ist gekapselt. Dann sagen wir, wir wollen keinen Lachs haben. Das macht ein Minus Salmon. Das Minus braucht man am meisten, wenn man WordPress zum Beispiel weghaben will. Ein Minus WP. Oder irgendein nerviges Suchergebnis hat, das man weghaben will. Und dann sagen wir, wir wollen das auch noch in Wikipedia haben, weil das eine gute Datenquelle ist. Wenn es ausprobiert wird, wird es nicht zu einem nordischen Fisch kommen, sondern zu einem Musiker, der Schotter ist. Nur weil man eine gute Suchanfrage formulieren kann, heißt es nicht, dass man ein gutes Ergebnis kriegt. Jetzt können wir erstmal eine Suchmaschine gut benutzen. Dann gehen wir zur Archäologie. Da habe ich einmal die englische Wikipedia-Version und übersetzt. Archäologie ist das Studium menschlicher Aktivitäten durch die Bergung Analyse von materiellen Kulturen. Hier geht es, mir persönlich geht es weniger um die Analyse, mir geht es eher um die Bergung. Und natürlich gibt es hier keine materielle Kultur, sondern nur digitale Kultur. Genau. Suchmaschinen-Archäologie ist dann mithilfe von Suchmaschinen digitale Kultur bergt. So habe ich das dann für mich definiert. Jetzt habe ich noch ein Beispiel vorbereitet. Das ist Minecraft. Ich würde euch jetzt gerne fragen, wer von euch schon mal Minecraft gespielt hat oder vielleicht mal einen Minecraft-Server betrieben hat. Aber ihr könnt es ja im IRC schreiben. Ein Microsoft-Server, der hat Config-Dateien wie Server-Properties, Whitelists, Band-Players oder Operator-OPs. Und mit dem Wissen können wir jetzt noch suchen. Also wir können in Google reingehen und dann sagen wir, wir wollen Minecraft haben. Und zwar, wir suchen nach einer OP-Punkt, TXT oder JSON. Da ist es uns egal, was für beides es ist. Und was wir dann machen, wir sagen, im Title von der Webseite soll Index aufstehen. Dadurch finden wir Auto-Indexe. Und was wir jetzt haben, ist eine Liste an Minecraft-Servern, die irgendwie öffentlich verfügbar sind. Jetzt könnten wir hergehen und die Welt zum Beispiel downloaden und dort uns die Spielerdaten anschauen und schauen, wo sind die Gegner, welches Equipment haben sie. Oder wir können uns auch einfach die Web-Map downloaden und damit spielen, weil es lustig ist. Und auf diese Weise kann man ganz, ganz viele verschiedene Dinge suchen und finden. Denn die große Begrenzung ist da eher die eigene Fantasie und weniger die Suchmaschine. Danke. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Es gibt tatsächlich Fragen. Und zwar behauptet der Vortrag, dass die vorgestellte Syntax für Suchanfragen in einer bestimmten Suchmaschine funktioniert oder in mehreren? Sie funktioniert teilweise in mehreren. Leider funktioniert sie am besten in Google. Genau. Also ich habe auch schon probiert, mit anderen Suchmaschinen das Ganze zu machen. Man kriegt aber signifikant schlechte Ergebnisse, was sehr schade ist. Ja, was gleich auch die zweite Frage beantwortet, nämlich wie es mit Suchmaschinen jenerseits von Google aussieht. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für deinen Vortrag. Du hast ja Kontakt dann hinterlassen. Also wenn Menschen da noch mehr möchten, können sie sich an dich wenden. Ich schreibe es auch noch mal ins Bett. Ja, vielen Dank. Dann gibt es als nächstes License-Vent von Beta Lars. Hi, ich bin Beta Lars. Ich bin ein 3D-Artist und ich habe die Schnauze voll von Lizenzen. Und ich möchte kurz in diesem kleinen Lightning-Talk darüber wenden, dass sich wirklich gerade niemandem irgendetwas bringt. Also, prinzipiell haben wir eine rechtliche Situation, wo, sobald ich etwas künstlerisch schaffe, was eine gewisse Schöpfungshöhe hat, eigentlich nur ich das verwenden darf. Und das darf nur ich verwenden und meine Erben, weil das Urheberrecht gilt teilweise bis lange nach, dem es mich eigentlich gar nicht mehr in diesem Universum gibt. Und das finde ich sowieso schon allgemein vollkommen unverhältnismäßig. Und wir brauchen auf jeden Fall dort eine dringende Reform von Urheberrecht, die irgendwie so der modernen Popkultur und was auch an Memes, also was an Memes-Kultur existiert, was an Fan-Kultur existiert, in irgendeiner Form gerecht wird. Weil, so wie Urheberrecht aktuell implementiert ist, lässt es sich von mir als kleiner Creator wirklich überhaupt gar nicht durchsetzen. Ich kann nichts dagegen tun, dass meine Bilder gegen meinen Willen irgendwo komisch genutzt werden. Und das hilft halt Monopolen, die rechtlich genug Power haben, um Projekte runterzudrücken, die selbst eigentlich nach amerikanischem Recht zum Beispiel unter Fair Use fallen würden. Aber was viele gar nicht realisieren, ist, dass auch Creative Commons für mich irgendwo schwierig ist. Bei Creative Commons gibt es ja ganz, ganz verschiedene Lizenzen, wo ich angeben kann, wie meine Werke trotzdem genutzt werden können. Ich kann sagen, CC0, ich sehe es an als Teil der Public Domain, ich kann sagen, ja, ihr dürft es benutzen, so lange ihr sagt, dass es von mir kommt, ihr dürft es benutzen, nicht verändern, ihr dürft es benutzen und es nicht kommerziell machen. Und selbst da vergessen die meisten, dass sie, wenn sie es nutzen, in den meisten Fällen auch die Lizenz verlinkt sollten, weil sonst weiß es ja wieder niemand, dass es von mir kam. Was aber auch mich stört, ist, dass ich in Creative Commons sagen kann, du darfst es nutzen, musst aber dabei irgendwie exzellent sein, weil ich will, dass meine Merke genutzt werden, aber ich will irgendwie auch nicht, dass sie zu bestimmten politischen Zwecken zweckentfandet werden können, mit denen ich nicht, fundamental nicht einverstanden bin. Und da gibt es keine wirkliche tolle freie Lizenz, die ich da benutzen kann und irgendwie mir neue Lizenzen ausdenken, ist auch doof. Das Dreisteste ist aber nun, was mich wirklich aufregt, Markenrecht. Weil ich habe letztens gelernt, ich darf keine Geschichte über den kleinen Prinzen schreiben, obwohl der kleine Prinz seit einigen Jahren jetzt in der Public Domain ist. Das Problem ist Markenrecht. Charaktere, deren Geschichten bereits in der Public Domain sind, können immer noch markenrechtlich geschützt werden und sind dann effektiv doch nicht mehr nutzbar. Und das ist einfach nur eine unfassbare Dreistigkeit. Und ich bin sehr wütend über alles. Ich habe keine wirklich guten Lösungsansätze und ich wollte mein Merke einfach mal luftlas machen und dafür ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen. Vielen Dank, dass ihr meinen Lightning Talk heilgenommen habt. Ja, vielen Dank für den Rant. Da sind jetzt keine Fragen aufgetaucht, aber du könntest ja vielleicht auch ins Pet schreiben, wie man dich erreichen kann, wenn andere Leute sich da mit dir zusammen aufregen wollen. Ich kann das gerne tun. Ich muss es aber nicht mit Real Life beschäftigen und wenn andere das ins Pet eintragen können, man darf mich auf Mastodon unter chaos.social und Twitter jeweils unter den Nutzernamen BetaLars anstupsen. Ja, vielen Dank. Als nächstes ist dann Mike dran mit CellMate. Ja, ich darf irgendwas über den CellMate erzählen. Ich hoffe, man hört mich. Ich glaube schon. Der CellMate ist ein kleines Projekt, was ich letztes Jahr zerlegt habe. Ich möchte mal kurz nur fünf Minuten darüber erzählen, was so abgegangen ist. Was ist der CellMate? Der CellMate ist ein IoT-BDSM-Gadget. Allein diese Kombination ist eigentlich schon serviert. Kommt aus China. Der Träger kann nur, wenn, also das ist so eine Spielerei, der Top kann, die Dom, der Top kann Sachen entscheiden, die dann der Bottom machen darf oder nicht. Bei diesen Sachen gibt es keine gewaltfreie Notöffnung. Das ist eigentlich schon echt übel, dass man da ohne Gewalt da eigentlich nicht mehr rauskommt. Zur Infrastruktur. Ich habe mir eher die App angeschaut. Das ist eine App für Android und für iPhone. Dahinter ist eine Rest-API. Die läuft auf einem veralteten Apache Tomcat. Also hoffnungslos veraltet. Der MySQL-Serverfahrer ist von außen erreichbar. Interessant war dann das Admin-Interface, was wir gefunden haben. Beim Admin-Interface war es so, dass das Frontend ein Login gebraucht hat. Aber die Endpunkte, die ich über die API angesprochen habe, die waren komplett offen und man hat nichts gebraucht, um da irgendwas zu machen. Genauso schlimm war aber auch die API, die die App selber benutzt. Und die schauen wir uns mal in Kürze jetzt an. Zum Login, also nachdem man sich eingeloggt hat, hat man einen Member-Code bekommen. Der Member-Code bestand aus Unix-Timestand plus der Millisekunde von der Zeitung der Registrierung. Aber es gab keine Tokens, mit denen man sich autorisiert hat oder sonst was. Und zur Interaktion mit anderen Membern hat man deren Member-Code gebraucht. Das heißt, wenn man sich eingeloggt hat und geschaut hat, welche Freunde man hat oder sonst was, konnte man genauso in ihren Namen interagieren. Auch interessant war die Örtlichkeiten. Das heißt, man konnte auslesen, wo alle Menschen, die diese App benutzen, wohnen. Wir haben hier mal, glaube ich, die Top 1000 rausgelassen aus diesem System. Also die App hat ungefähr 15.000 bis 20.000 User gehabt. Und wir konnten mit hoher Genauigkeit sagen, wo diese App-Benutzer sich das letzte Mal aufgehalten haben. Ich konnte aber auch sogar suchen, welche Nutzer sich in einem Umkreis bewegen. Das heißt, ich hätte zum Beispiel schauen können, wie viele User sich in der Parteizentrale von der ARC aufgehalten haben. Und das Interessante ist, die Location wurde auch dann gespeichert, wenn der User dies abgelehnt hat. Mit einer der größten Fehler war aber das Passwort. Das Passwort wurde im Klartext gespeichert. Wurde zwar in den meisten API-Endpunkten verschillt zurückgegeben. Aber bei zwei Endpunkten, da wurde es sogar im Klartext zurückgegeben. Das heißt, ich konnte schauen, wie heißt das Passwort von dem, von dem, von dem. Ich habe das Passwort bekommen. Ich habe die E-Mail-Adressen bekommen. Ich habe, also alles, was man falsch machen konnte, wurde da falsch gemacht. Nach dem Erstkontakt mit dem Hersteller wurde dann das Passwort aus einem Endpunkt entfernt. Aus dem zweiten, was wir ein paar Wochen später gefunden haben, war es dann aber immer noch im Klartext vorhanden. Dann haben wir als Responsibility Closer am 17. Mai zusammen mit Internet of Donks, das ist so ein Projekt für IoT-Sex-Spielzeug gemeldet. Hatten am Anfang regen E-Mail-Austausch mit dem Hersteller und auf einmal ist er eingeschlafen. Im Juni wurde dann dieser API-Endpunkt geschlossen, wie schon bei Passworten genannt. Und im September haben wir zufälligweise über Twitter herausbekommen, dass andere Pentester auch schon da dran sind an diesem Projekt. Pentest Pathers aus UK haben uns dann mit ihnen koordiniert und im Oktober dann veröffentlicht. Wir haben Blog-Beiträge geschrieben, wir haben es an The Guardian gegeben und Heise. Die Links verlinke ich am letzten gleich im Blog-Beitrag, weil es ist auch sehr interessant zu lesen. Ja, und am Schluss ging es dann so weit, dass sogar in der BBC es unten im Fernsehen durchlief für ein paar Stunden. Also ging es auf BBC, The Guardian, Heise, CNN, Golem und so weiter und so fort. Die Leute sind darauf aufmerksam geworden, dann kamen die Blackheads auf die Spur und haben dann versucht, die Leute zu erpressen haben. Die Zugänge ist revoked und solche Spielereien. Der Hersteller hat erst dann richtig reagiert, er hat es erst beschwichtigt. Dann hat der Support erst mal reagiert, den gehackten Usern geholfen und irgendwann wurde die Holder-Funktion deaktiviert. Also jeder konnte jeden Käfig entsperren. Ja, also einfach nur wird. Mittlerweile gibt es angeblich eine neue App und die ist jetzt auch sogar schon mit der richtigen Pentest versehen worden. Das war's. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Magst du vielleicht deinen Blog-Beitrag noch im Wiki oder im Pad verlinken? Mache ich ja. Wunderbar. Es sind ansonsten jetzt keine Fragen aufgetaucht bis dahin. Dankeschön. Ja, danke fürs Vortragen. Und mir kommt jetzt die besondere Idee zu, die Dankbarkeit vorzulesen. Das geht nicht auf mich zurück, sondern andere Menschen haben sich das ausgedacht, aber ich wurde gebeten, es vorzulesen und jetzt lese ich es vor. Ich bin dankbar, dass Linda von Brienbüdel so tollen Merch gemacht hat und wir mit dem Merch so wenig Arbeit hatten. Danke, Linda. Ich danke Benjamin für das tolle Pets erstellen während der ganzen DIVOC-R2R-Organisation. Gerne. Ich danke Pico, dass sie eine so tolle Museumstour für uns gemacht hat. Ich bin dankbar, dass es so tolle Menschen gibt, die ihre Freizeit opfern, um uns ein so tolles Event zu zaubern. Danke an alle. Das WOC. Offensichtlich. You know who you are. You know what you do. Ich bin dankbar für F. und Adorfer, die gemeinsam das Videostreaming vorbereitet und richtig viel Arbeit reingesteckt haben. Ich bin dankbar für die Hexen, die dieses Event für die vielen anderen auch bereichert haben und ganz viel dafür tun, dass sich Flinter-Menschen hier willkommen und gesehen fühlen können. Ich danke dem Awareness-Team, das unschätzbar wertvolle Arbeit tut und ich bin froh, dass ich sie auf diesem Event noch nicht ansprechen musste. Ich danke STB dafür, wie unglaublich viel Arbeit er für Einfach Shield alles auf dem Event reingesteckt hat und wie gut er darauf geachtet hat, dass alles noch so gemütlich bleibt. Ich danke Mr. Capture dafür, so viele Treffpunkte im Wiki eingetragen zu haben. Dank an Nea. Das war super, als eigentlich Non-Gamerin das Codenames-Spiel zu entdecken und an dem tollen Beatboxen-Workshop teilzunehmen. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich Namen falsch ausspreche von Menschen, die ich nicht kenne. Danke für die vielen Talks im Hauptprogramm. Ich habe viel Neues gelernt und bin mit Themen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, in Berührung gekommen. Dankeschön und Applaus, Applaus für die Hexen und ihr mega Programm Queer Diversity und Inspiration. Meldzei für alles. Christina, ganz speziell für die tollen Vorträge. Danke, Christina und Jolière fürs Vorbild sein. Sandra und Jolière, ganz speziell für tolles Heralding. Ich bin dankbar für die charmante und gute Laune machende Anmoderation des RECO-Vortrags am Sonntagmorgen. Ich kam zu spät dazu und habe deinen Namen leider nicht mitgekriegt. Daher auf diesem Wege. Ich feiere die Raumnamen der Hexen. So toll, dass Mary Jackson dabei ist. Danke an alle, die wunderschöne Maps gepixelt haben. Danke an Starpeak für die Ostereier. Danke für die Word. Danke für den Fahrplan. Danke an die Menschen, die mich in jeder Session willkommen hießen. Danke an Nikira für integrative Interaktionen. Liebe Community, obwohl wir alle so müde sind, hat es wieder funktioniert. Zu einer kleinen Handvoll Menschen, die unglaublich viel Vorbereitung in ein paar Kernelemente und Infrastruktur des Divox gesteckt haben, kommt spontan eine Explosion an Karten, Features, Self-Organized Sessions, Treffen, volatilen Aktionen, die das Event einzigartig machen. Aus der Community für die Community. Danke Wesen, danke Küken, danke Hasen, danke alle. Danke an die Community, die ihr alle dazu beitragt, ein positives Gegenbild und eine tolle gemeinsame Zeit zu schaffen, während draußen gerade zu viel schief läuft. Ich hoffe, wir können die hier erfahrene Energie mit draußen in die Welt tragen, um es dort auch wieder besser zu gestalten. Die Community als Zufluchtsort, aber auch als Raum, um Kraft zu tanken und draußen Veränderungen voranzubringen. Danke schön für die Möglichkeiten, sich in unbekannte Gebiete wagen zu können und mehr voneinander zu lernen. Es gibt im CCC einfach immer so viele Inspirationsquellen, die werden bei solchen Events sichtbar. Danke dafür. Danke an Telegnomen für tausend kleine und große Dinge. Danke an die Wesen, von denen man leider gar nicht so viel mitbekommt, die aber hier und da die kleinen Bugs gleich fixen. Danke an alle für die Sessions, für entspannte Aufnehmen von Neulingen. Danke an die Hexen, die Programmpunkte posten für Mastodon. Hätte sonst manchen Talk, manche Session verpasst. Danke an alle im Stream fürs Zuschauen. Ohne ein interessiertes Publikum wäre das alle ziemlich sinnlos. Danke für den Logo-Generator. Danke an all die Menschen bei Lieferdiensten, die nicht direkt etwas zum Event zuzutun hatten, aber uns auch in schweren Zeiten an Ostertagen mit Mahlzeit versorgt haben. Einfach mal danke für dieses neue Event, welches uns in so vielen Facetten Freude und Zuversicht in diesen belasteten Zeiten mitgibt. Danke an Waldwesen und Monika für die OBS-Einführung. Jetzt habe ich auch eine fliegende Rakete im Bild und dabei ein tolles Tool entdeckt, mit dem ich weiterspiele. Next Challenge, das Deep Back Sub von Pecto und Benby. Bis zum nächsten Event klappt's. Thanks to the team of C3 Lingo for making this event acceptable to foreigners. So, jetzt Tipps noch. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass es dieses und künftige Events gibt. Nehme ich mal an. Ja, und euch danke fürs Zuhören. Jetzt hoffe ich mal, dass Boris sein Internet hinbekommen hat und von der Chaos Sticker Collection erzählen kann. Hallo Ben, hörst du mich erst einmal? Ich höre dich. Wunderbar. Sehr gut, dann werde ich jetzt mal versuchen. Ich hatte jetzt allerdings den Trigger Talk gerade schon aufgemacht. Soll ich den nicht einfach halten? Ja klar, mach einfach so rum, wie du möchtest. Okay, weil ich habe ja heute die Ehre, dass ich hier gleich zwei halte. Ich mache ja so viel Zeug. So, Frage, seht ihr meinen Screen? Siehst du meine Folie? Ja, ich sehe deine Folie. Wunderbar. Gut, dann fange ich jetzt an. Hallo, erstmal willkommen. Hier ist der Moritz. Ich habe eine kleine Open-Source-Geschichte zu erzählen. Die nennt sich Trigger. Ihr seht vielleicht an den Schlössern ungefähr, worum es geht. Also jetzt vielleicht nicht der Cellmate, aber was anderes. Und zwar fängt die Geschichte an mit dem Open-Lab in Augsburg. Das ist so ein Hackerspace dort, der mir sehr lieb ist. Und wir hatten da eine App, mit der man eine Tür aufmacht, so wie viele andere Hackerspaces auch. Das war so eine Android-App mit einem großen Button. Und da konnte man draufklicken und dann wurde einfach im Grunde so ein Link aufgerufen mit so einem Token. Und ich bin in der Zwischenzeit dann auch mal weggezogen. Jetzt bin ich gerade in Berlin und bin da öfters mal in so einer Art Coworking-Space, wo wir ein ähnliches Problem haben. Wir haben da halt nur drei physikalische Schlüssel und die halt zu replizieren für alle, die halt mal kommen und gehen, ist halt sehr aufwendig und es geht auch mal was verloren. Also es ist nicht so einfach. Und dann dachte ich mir, hey, wir haben da doch eine App und diese Tür ist auch an so einem Raspberry angeschlossen. Da können wir doch mal was machen. Und dann habe ich halt diese App vom Open-Lab genommen. Die nannte sich damals noch Sphinxter und habe da mal angefangen, halt rum zu programmieren. Also es ist so mal das erste Mal, wo ich mit Apps irgendwas selber zu tun hatte. Und naja, wie ihr in diesem Screenshot seht, also das ist ein bisschen mehr als einfach nur so ein Button, halt wo man draufklickt. Jetzt kann man hier so auch mehrere Türen einrichten. Und man hat verschiedene Buttons, auch mal eine Klingel. Und naja, ich sag mal so, Feature-weise ist das Ganze so ein bisschen explodiert, weil es halt irgendwie auch ganz lustig war. Und zwar habe ich jetzt nicht nur irgendwie Support, sodass man so im Hintergrund so einen Link aufruft, sondern man kann auch per SSH automatisch sich irgendwo einloggen und ein Skript ausführen, irgendein Kommando. Irgendwas ziemlich beliebiges. Und dann dachte ich mir, dieses Bluetooth, habe ich doch schon mal was von gehört. Machen wir das da auch mal mit rein. Und MQTT, so alle, die mit IoT irgendwie zu tun haben, kennen das. Und genau, Nuki Smart Lock, das ist auch wieder eine eigene Geschichte. Irgendwie hatte ich dann mal die App dann halt auf Fdeut veröffentlicht. Da gibt es dann gleich halt noch, glaube ich, ein paar Links zu. War es dann so, plötzlich halt hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, meinte so, hey, hast du irgendwie Support für Nuki Smart Lock? Irgendwie halt nicht so, was ist denn das? Und dann wurde mir gesagt, habe ich mal nachgeschaut. Ah, das ist so ein kommerzielles Produkt zwar, also so ein elektronisches Schloss, was man einfach auf die Tür, auf das Schloss halt so drauf montieren kann. Und da was dann den Schlüssel dreht, kostet irgendwie zwischen 200 irgendwas Euro. Aber halt das Protokoll ist halt offen. Und da fing dann gerade das mit Corona an. Also ich hatte gerade so viel Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, ich implementiere das mal. Und der Mensch, der mich da kontaktiert hatte, hatte mir dann gesagt, ja, wenn du Lust hast zu implementieren, ich schicke dir das einfach mal gerade über Amazon halt einfach mal zu. Dann kam dann halt auch das Paket. Und ich dachte, ja, cool, Spielzeug. Und dann habe ich das halt implementiert. Und das funktioniert jetzt auch. Also generell halt ist das einfach eine App, mit der man halt irgendwelche Sachen halt, irgendwelche Türen halt einrichten kann. Da kann man auswählen, ob das irgendwie so einen Link aufrufen soll, PSSH irgendwas machen soll oder was auch immer. Man kann auch halt den Status, sieht man hier im Hintergrund. Das hat man ja eben auf den Folien auch schon gesehen, ganz bunt. Da kann man auch eigene Fotos reinmachen. Also ist irgendwie halt alles featureweise ziemlich viel geworden. Mit QR-Code, Export, Import. Da kann man schnell halt den Key halt auf eine andere Trigger-Instanz einfach mal weiterreichen auch. Naja, wie ihr seht, halt viele, viele Features. Man kann SSH-Keys generieren, Krams. Man kann halt irgendwelche HTTPS-Zertifikate-PIN herunterladen. Bei uns halt unser Türsystem, das auf dem Raspberry Pi lief, das hatte ursprünglich halt ein schönes HTTPS-Zertifikat. Das heißt, im Browser war das alles grün. Aber das ist dann irgendwie abgelaufen. Und irgendwas mit der Domain hat irgendwie nicht gepasst. Das heißt, wir mussten dann halt dann Feature einbauen, halt, um den Hostname-Check halt zu ignorieren. Oder wenn das Zertifikat abgelaufen ist, soll man zwar mal nicht machen, halt, aber war bei uns halt irgendwie nötig. Und wir haben es immer noch nicht irgendwie alles wieder gerade gebogen. Naja. Auf jeden Fall. Es gibt jetzt diese App, und die gibt es halt nicht nur auf GitHub. Hier ist auch der Link zu meinem Projekt. Ähm, sondern eben auch auf F-Droid. Und ich hab's auch auf Google Play einfach mal drauf gemacht. Äh, einfach nur halt, äh, weil einige Leute halt mit F-Droid einfach irgendwie nichts anfangen können, haben sie noch nie gehört, wollen sie nicht haben. Dafür hab ich das auf Google Play dann halt einfach mit einem symbolischen Euro noch halt, äh, dort, äh, angeboten halt. Ich denke mal, wenn Leute sich das über Google Play holen wollen, dann müssen sie auch ein bisschen leiden. Ähm, genau. Ähm, ja, das ist so eine kleine Open-Source-Geschichte. Ähm, also ich hab da an einem Jahr lang halt recht viel rumprogrammiert und mach da immer noch ein paar Bugfixes und so weiter. Ähm, und wer immer das halt braucht, irgendwie sowas für, für seinen Space oder für seine, für andere Räumlichkeiten, ähm, man kann da halt so ein Türsystem, so ein Server ganz einfach mit so einem Web-Server und so einem CGI-Skript oder sowas halt im einfachsten Fall machen. Ähm, oder eben per SSH, ähm, wo man dann halt irgendwie so eine Tür triggert mit so einem Motor dran. Also, für sowas ist halt sowas, äh, so eine App gedacht. Genau, ähm, das ist eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Ähm, einfach mal ein bisschen halt, äh, streuen. Äh, ich hab damit halt so ein bisschen Android-Programmierung gelernt. Ähm. Gelernt und, äh, freue mich natürlich, wenn ich immer Leute höre, halt, die das dann einsetzen oder sogar halt irgendwie eine Übersetzung halt beisteuern. Ich glaube, ich hab überhaupt keine Übersetzung bis jetzt. Ja, muss ich mal über, muss ich mal schauen. Also, es gibt noch einiges zu machen halt, aber es funktioniert. Genau. Und, äh, das war's eigentlich dazu. Dankeschön. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Sind auch bis jetzt keine Fragen aufgetraucht. Außer der F-Droid-Link. Oh, der F-Droid-Link. Äh, ja, einfach auf F-Droid.org gehen, glaube ich. Steht schon im Pad. Steht schon im Pad. Oh, okay. Vielen, vielen Dank. Das ist doch Community-Arbeit. Ja. Magst du gleich mit der Chaos-Dicker-Collection weitermachen? Ja, kann ich machen. Äh, klar. Dann lass mich mal gerade, äh, kurz, äh, gucken, wie ich das Scheren wieder rückgängig mache. Ich hoffe, das war's gerade. Dann mache ich mal gerade schnell die anderen Folien auf. So. Und... Ich sehe leider noch deine, äh, alten Folien. Die Folien, der Folienwechsel ist noch nicht vollzogen. Äh, wie sieht's jetzt aus? Ja, jetzt. Wunderbar. Gut. Okay. Das war ja beim ersten Mal nicht so einfach. Also, äh, beim Thema Corona, äh, Leute haben zu viel Zeit. Das ist auch wieder so ein Fall. Ähm, und zwar, äh, ich glaube, wir alle kennen's. Wir waren auf diesen Chaos-Veranstaltungen unterwegs. Viele Stickerboxen, geile Sticker. Alle mal grabben, alle mal nehmen und irgendwo hinkleben. Ähm, hab ich auch ganz gerne gemacht. Ähm, nur halt, äh, Problem ist halt, oft die geilen Sticker sind irgendwie weg irgendwann. Und, äh, dann fragt man sich, hm, zur Not muss ich die dann halt selber, äh, mal mir drucken lassen. Ähm, wo bekomme ich denn die Vorlagen? Und, äh, was ich da gemacht habe, ist, ich hab einfach mal Leute, äh, im Netz erstmal gesucht, so Google und so weiter. Dann hab ich irgendwelche Links gefunden und dann hab ich geguckt halt, ah, wer sind die, ist denn der Autor? Kann ich da irgendwie mal fragen halt? Vielleicht haben die noch mehr andere Sticker. Und, ähm, das hab ich halt, äh, viel gemacht und viele Leute angeschrieben und hatte dann halt so einen Haufen von Stickervorlagen. Und dachte mir, okay, äh, die möchte ich natürlich auch ganz gerne mit der Welt, äh, sharen. Und dann hab ich halt mir so irgendwie so ein, äh, so ein GitHub-Repo angelegt, hab die da alle quasi reingeschmissen, wie so eine große Stickerbox. Und hab da drumherum so ein klein bisschen was gemacht, um halt, ähm, einfach mal, ähm, einfach diese Sticker zu finden. Also, ich hab die teilweise getaggt, äh, hab dann noch geschrieben, halt, wer der Autor ist, wo die ursprünglich her sind, was für eine Lizenz die haben. Also, das ist meistens alles CC0 und so weiter, ähm, oder, ähm, Creative Commons. Ähm, ich mach mal hier die nächste Folie. Also, das ist eigentlich schon ein bisschen was, was ich erzählt habe. Ähm, also, falls ihr selber halt irgendwelche Sticker braucht, äh, könnt ihr da gerne halt das alles kopieren, wie ihr wollt halt, ähm, also viel Spaß haben. Und selber halt vielleicht auch für den nächsten hoffentlich dann auch mal Präsenz, äh, Kongress, vielleicht, äh, auch mal, ähm, dann irgendwie selber drucken und dann auslegen und dann wieder sharen. Oder ihr könnt die halt, äh, ich sag mal, halt wieder verändern, besser machen, verschlimmbessern, verbasteln, was auch immer. Ähm, inzwischen halt, äh, also hier seht ihr auf der rechten Seite halt das GitHub-Repo, damit kann man quasi auch so Webseiten anzeigen. Und ich hab da so mit JavaScript halt ein bisschen was gebastelt halt, wo man halt einfach ein Wort eingeben kann, zum Beispiel Freifunk oder Chaos oder Google und dann kriegt man halt Sticker. Das sind halt, äh, alles hauptsächlich Sticker-Vorlagen, auch einige Fotos halt, so von Sachen, wo ich dann einfach gehofft habe, oh, das möchte ich gerne haben, aber ich hab keine Vorlage gefunden. Ähm, ich hab da halt so ein Import-Skript gemacht, was dann einfach so eine JSON-Datei gefüllt und, ähm, dann ist das da halt auf dieser Seite zu sehen. Ähm, das Projekt selber halt hat die CC0-Lizenz, das heißt im Grunde halt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ähm, das fasst das, glaube ich, ganz zusammen. Äh, 400 Sticker, das ist schon einiges. Ist ganz cool, ist auch ganz schön, einfach mal was in die Suchmaske einzugeben auf dieser Seite. Äh, da hab ich gleich nochmal einen besser lesbaren Link zu und, äh, dann einfach mal so durchzuwühlen. Und, ähm, da seht ihr auch so viele, so ein bisschen ältere Sticker halt, ähm, und wenn ihr da, das sind alles hier erstmal Vorschaubilder und, äh, und wenn ihr da auf Files halt klickt da drunter, dann wird da so ein Ordner aufgemacht und da seht ihr halt dann vielleicht auch noch ein paar Variationen oder halt diese Sticker-Vorlagen halt auch mal vielleicht für andere Zwecke, andere Formate, andere Farben. Ja, ähm, natürlich gibt's da noch viel zu tun. Äh, also erstmal der Aufruf, äh, falls ihr Sticker-Vorlagen habt oder irgendwelche kennt, irgendwelche Links, äh, halt, äh, in euren Bookmark-Listen habt zu Stickern, schickt mir die alle, äh, ruhig, äh, ich versuch die dann einzuflegen oder macht ihr einfach dann einfach einen Merch-Request auf. Ihr könnt natürlich auch alles einfach kopieren für irgendwie eigene Zwecke, äh, die Lizenzen, äh, der Bilder an sich, falls ihr die irgendwie verwenden wollt, ähm, meistens ist es ja CC0, ähm, oder Creative Commons, äh, manche Bilder haben keine Lizenz, weil ich's nicht weiß. Ähm, falls ihr's wisst, äh, bitte mir dann irgendwie stecken, damit ich das dann eintragen kann. Ähm, also hier sind alle mal einfach aufgerufen und, ähm, ja, mehr Sticker wäre natürlich besser, also wäre schön, wenn ich irgendwie auch mal die 400 knacke, da fehlen, glaube ich, irgendwie noch so drei Sticker. Ähm, und, äh, wenn ihr was habt, ja, schickt es mal einfach, habt Spaß, äh, druckt euch was aus, verbastelt es, ähm, genau. Danke. Ja, vielen Dank, ähm, das GitHub-Repo steht auch schon im Pad und Fragen dazu sind nicht aufgetaucht, aber zu deinem Vortrag vorher, wollen wir die jetzt noch behandeln? Ja, gerne, schieß los. Ähm, was gibt es denn da für eine Respe-Lösung auf der Türseite? Ähm, ich meine, ich habe... in meinem, auf GitHub-Repo für dieses Trigger-Projekt, ähm, also GitHub slash mWarning slash Trigger, da habe ich unten halt, äh, glaube ich, ein paar andere Projekte halt verlinkt, die etwas Ähnliches gemacht haben, wo dann auch die Server-Seite halt, äh, also die Repos der Server-Seite halt implementiert sind, äh, sorry, äh, aufgelistet sind. Und da kann man einfach mal draufklicken und hat dann hoffentlich, äh, so ein bisschen Inspiration, auf jeden Fall Code, den man dafür nutzen kann, das selber zu implementieren. Ähm, oder das einfach selber zu installieren. Ich weiß nicht, wie gut das da, äh, dokumentiert ist, aber auf jeden Fall ist das ein guter Anfangspunkt. Ansonsten ist es im Grunde halt, dass man einfach ein Shell-Skript macht und, äh, das halt, äh, das dann irgendwie ein Pin triggert auf dem Raspberry Pi, wo dann halt irgendwie dann der Türmechanismus hinter ist. Also, meistens ist es dann so einfach, aber man muss natürlich auch den Web-Server erst irgendwie einrichten und sowas. Damit hat sich das Projekt, äh, dieses Trigger-Projekt jetzt selber noch nicht so beschäftigt. Falls jemand aber irgendwie halt so ein, äh, Server, äh, Konfiguration hat, äh, gerne auch mir irgendwie die Link schicken, dann mache ich das da gerne unten mit rein, sodass dann Leute halt nicht nur eine Ebene-App haben, sondern auch fertig halt die Server-Seitenlösung. Das wäre cool. Ja, ähm, jemand sagt, schönes Projekt, wo ist es denn überall schon in Nutzung? Ähm, naja, die Sache ist ja, die Leute melden sich da nicht wirklich an. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo das in Nutzung ist. Ähm, also es hat schon ein paar Stars irgendwie auf, auf, auf GitHub, ähm, irgendwie so um die 50, 60. Daher vermute ich, es ist in Nutzung. Ähm, ich habe auch mal gehört von irgendwie ein paar Leuten, dass sie es nutzen, aber selber habe ich da halt sehr wenig Feedback. Aber es ist natürlich immer ganz schön halt zu hören halt, wenn Leute das halt nutzen. Also gerne auch einfach mir vielleicht einfach mal ein Hallo schicken oder so. Wir benutzen das hier, ähm, in Stadt XY oder für ein Hackerspace. Das ist natürlich immer so ein bisschen halt Liebe, die man den Entwicklern halt zurückgeben kann. Einfach mal zu sagen, hey, danke und, äh, hier, wir nutzen das, äh, es funktioniert. Oder vielleicht einfach mal irgendwie auch, äh, das Forken oder einfach ein Merch-Stift-Quest machen, wenn man irgendwo ein Typo entdeckt oder ein Feature halt implementiert hat. Also für diejenigen, die dann halt ein bisschen mehr Android kennen, äh, Genau, das könnte man da alles machen. Ja. Ähm, zu den Stickern wurde inzwischen noch gefragt, gibt es, äh, die Sticker auch für Signal? Äh, die Sticker für Signal, ähm, ich kenne jetzt Signal selber nicht so gut. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, was Sticker für Signal heißt, ob die ein eigenes Format verwenden. Ähm, keine Ahnung. Ähm, Antwort wäre wahrscheinlich nein. Ja, und es gibt den Kommentar, dass zu den Stickern vielleicht auch, ja, des Auftauchens interessant wäre, so als weiterer Datenpunkt. Äh, ja, das ist schwierig, die Information zu bekommen. Also ich hatte ja nachträglich alle innerhalb von, ich sag mal, innerhalb von zwei Monaten halt zusammengesucht, größtenteils. Ähm, ja, des Auftauchens, keine Ahnung. Man kann es natürlich da mit die Meta-Informationen halt reinbacken. Da kann man auf jeden Fall noch viel Pflege machen. Ähm, ja. Achso, da noch eine kleine Information zu. Es gibt ja auch auf dem Chaos Communication Kongress, äh, eine Sticker-Gruppe, die hatten sich, mit denen hatte ich auch mal Kontakt. Äh, sehr nett. Ähm, die kopieren sich hoffentlich da auch ein paar Sachen raus und können da ein bisschen was drucken. Ähm, ich hoffe, die freuen sich darüber auch. Ja, vielen Dank. Danke. Für deine Vorträge. Dann, äh, gehen wir zum nächsten Vortrag. Äh, Photovoltaik, äh, mit Werner. Bist du da? Ja, wunderbar. Leg los. Ja, ich bin da. Hallo. Äh, ja, jetzt muss ich erst mal hier meinen Bildschirm aktivieren. Achso, warte mal, wie mache ich das? Da sind wir. Wenn man sich ein Anwendungsfenster machen. Seht ihr schon was? Ja. Ihr seht noch nix? Nein, leider noch nicht. Wieso seht ihr da jetzt nix? Ach Gott, ich bin ja doof. Seht ihr das jetzt? Ne. Leider immer noch nicht. Wieso kriege ich das nicht hin? Ich habe das vorhin noch probiert. Ich breche das erst nochmal ab. Sollen wir vielleicht den nächsten Vortrag vorziehen? Dann kannst du, ähm, noch ein bisschen drüber nachdenken, wie dein, äh, wie dein Sharing da geht. Oder können wir dir sonst irgendwie helfen? Jetzt gibt's. Ah. Jetzt kommt's. Jetzt haben wir's. Wunderbar. Ihr seht's, ja? Ja, wir sehen's. Gut, dann mach ich mal das groß. So. Also, ich wollte was über Freiheit für die Photovoltaik erzählen. Ihr versteht mich gut, ja? Okay. Zumindest mehr Freiheit. Photovoltaik ist was, was heute ja eingebettet ist, schon wieder in hunderttausend Regeln und Gesetzlichkeiten von der EU runter nach Deutschland in dieses Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und ich bin hier in Bayern zu Hause. Ich habe gemerkt, die Bundesländer haben wahrscheinlich auch verschiedene Ansätze dabei noch. Und ich wollte kurz mein Ziel schildern, meinen Ansatz dahin zu kommen und die Herausforderungen, die ich dabei habe. So, die Ausgangslage ist natürlich wie üblich. Ich habe hier so eine kleine Hütte und da ist ein bisschen Dach drauf. Ansonsten habe ich an dem Haus so die übliche Netzversorgung, hier bei mir über die Stadtwerke direkt. Ich habe aber auch schon eine Solarthermie auf dem Dach mit einem großen Wasserspeicher, 800 Liter, der auch die Heizung mit versorgen kann. Und jetzt möchte ich die Photovoltaik auch noch nötigen. Jetzt habe ich aber angefangen zu lernen und da wird mein Gesicht dann zusehends länger. Wenn ich zum Beispiel die Photovoltaik so in das Netz versuche einzubinden, dann bedeutet das auch, dass man letzten Endes was einspeist potenziell. Wenn ich in der Zeit, wo das Ding aktiv auf dem Dach ist, wenig verbrauche und das mehr produziert, fließt der Strom ins Netz. Die Technik an sich funktioniert sowieso so, dass der Wechselrichter nur funktioniert, wenn er draußen ein Netz hat, weil er sich auf die 50 Hertz des normalen Netzes synchronisieren muss. Das heißt, in dem Moment, wo ich draußen keinen Strom aus dem Netz bekomme, schaltet das Ding komplett ab. An der Ecke also, wo ich jetzt eigentlich Strom haben wollte, habe ich gar keinen. Denn vorher kommt er eh schon aus der Steckdose. Außerdem muss man natürlich sagen, wenn man was einspeist, kriegt man auch noch eine Vergütung. Und damit erwartet das EVU, also der Energieversorger, die volle Kontrolle über alles, was ich da so treibe. Wie die Dinge installiert sind, was da installiert ist, in welcher Größe das installiert ist und so weiter. Die ganzen Schnittstellen entsprechend zertifiziert und so weiter. Da fängt es für mich an, schwierig zu werden. Ich bin immer noch der Meinung, die Sonne scheint für uns alle auf unserem schönen Planeten. Und irgendwie darf ich die auch nutzen, so wie ich das will. Und ja, mein Ziel wäre also... Ich möchte nicht kurz unterbrechen. Die Folien werden leider nicht weitergeschaltet. Kannst du mal gucken, ob du die vielleicht mit der Hand weiterschalten kannst? Ich schalte die von Hand. Ich habe gerade weitergeschaltet. Ich bin jetzt auf der Folie das Ziel. Ah, okay. Das können wir leider nicht sehen. Dann musst du einfach reden und wir sehen nur den ersten Foliensatz. Wieso seht ihr das nicht? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt sind wir da. Das Ziel. Wunderbar. Komisch. Also das Vollbild, das war es dann nicht. Das heißt, jetzt habe ich eben über diese Folie geredet. Die habt ihr dann auch nicht gesehen. Nein. Aber schön, dass wir sie jetzt sehen. Okay. Also da hatten wir die Versorgung über die Stadtwerke. Ein 800 Liter Speicher. Ich will Photovoltaik nutzen. Und mit dem ersten Gedanken, das sowas ins Netz zu bringen, wird es schon schwierig. So. Mein Ziel ist jetzt, meine bescheidenen Dachflächen zu nutzen. Das ist bei mir nicht so günstig. Ich habe eine Südost-Nordwest-Först-Ausrichtung. Die Dachfläche ist durch Gauben ziemlich zersiedelt. Ist also nicht so viel bei mir rauszuholen. Aber so ein bisschen was möchte ich halt tun. Und ich möchte natürlich insbesondere, was ich schon angesprochen habe, Photovoltaik dann nutzen können, wenn womöglich das Netz ausfällt. Das funktioniert aber nicht, weil in dem Moment, wo das Netz ausfällt, kann sich der Wechselrichter mit nichts synchronisieren und schaltet ab. Man müsste also hier irgendein Element bekommen, eine aber natürlich auch wieder zertifizierte Netztrennung, Koppelung, um hier einen ordentlichen Betrieb zu gewährleisten. Auch wenn das Netz ausgefallen ist. Wenn ich jetzt vom Netz mich komplett trennen kann, möchte ich auch damit frei von einer Kontrolle sein. Wenn ich nichts einspeise, braucht mich auch niemand kontrollieren. Das wird einem von den Leuten im Prinzip auch zugesagt. Aber das Gemeine ist, die Technik, die dahinter steckt, die gibt es nicht. Mein Ansatz ist jetzt, im ersten Schritt möchte ich mal eine sogenannte Guerilla-PV installieren. Das sind also ganz kleine Elemente. Das ist ein Photovoltaik-Modul. Das darf maximal 600 und ein paar zerquetschte Peak-Leistungen erbringen. Und dann braucht man es nicht registrieren. Dann kann man auf die Vergütung verzichten, wenn was ins Netz fließt. Und man braucht das auch steuerlich nicht geltend machen. Das hat den Vorteil, man kann aber schon eine gewisse Grundlast im Haus abpuffern. Irgendwelche Rechner, die im Standby laufen und so weiter. Der Kühlschrank ist vielleicht noch mit drin, wie auch immer, wenn die Sonne scheint. So. Dann brauche ich unbedingt eine Komponente, die diese Trennung bzw. Koppelung schafft beim Netzausfall. Damit gerade dann, wenn jetzt das Netz ausgefallen ist, ich auch doch noch einen Strom habe. Ja, im nächsten Moment will ich das natürlich ergänzen um weitere Komponenten. Ich will einen Akku dazwischen hängen können, das dann auch gespeichert werden kann. Ich will weitere PV-Module aufbauen und ich möchte eine Menge Energie eigentlich, die da über den Tag erzeugt wird. Wenn die Sonne scheint und man eigentlich kein Licht und so weiter braucht und oft wenig Verbraucher an sind, möchte ich da reinstecken, dass der 800-Liter-Speicher auch mit einer Speicherheizung geheizt werden kann. Da kann man eine Menge Energie dann da reinziehen und in heißes Wasser umsetzen. Ja, dann haben wir natürlich dabei jetzt weitere Herausforderungen. Wir müssen einen Zähler haben, der nicht rückwärts läuft. Denn wenn ich jetzt Energie einspeise und nichts aus dem Netz rausziehe, dann dreht sich der Zähler im Prinzip falsch rum. Wenn man noch so einen schönen alten Ferrari-Zähler hat, dann sieht man das sogar, dass die Scheibe sich rückwärts dreht. Das darf aber nicht sein gesetzlich. Und also muss man hier beim EVU erst mal vorstellig werden, dass die dann einen digitalen Zähler einbauen, der eben da eine Sperre hat und nicht rückwärts läuft und die Kosten auf einmal senkt, sondern der halt dann stehen bleibt. Das kann unter Umständen zusätzliche Kosten verursachen, ist aber wohl insgesamt nicht so ein großer Kostenfaktor. Schwierig ist tatsächlich, und dazu finde ich nichts im Ganzen, überall, wo ich suche und überall, wo ich bisher nachgefragt habe, dass man komplett dreiphasig sich letzten Endes trennen können muss vom Netz. Zertifiziert natürlich, denn sonst unten natürlich am besten voll elektronisch. Im Falle des Ausfalles und dann das Hausnetz nur noch von der eigenen Photovoltaik versorgt wird. Und im nächsten Moment, wenn das Netz wieder kommt, aber auch wieder eine Synchronisation stattfindet und man auch wieder Strom aus dem Netz beziehen kann. So eine technische Lösung wäre jetzt notwendig. Die ist technisch denkbar und machbar. Das ist kein Hexenwerk. Aber man findet sowas nicht am Markt. Das ist nicht gewünscht. Ich tippe mal, da sind die Lobbyverbände intensiv genug unterwegs, dass da nichts auf dem Markt ist. Und das ist sehr schade, weil wir wollen ja nun mit der Energie auch besser werden und weniger aus den großen Kraftwerken brauchen. Und das ist dezentral natürlich eine Menge zu machen. Und deshalb bin ich in dieser Richtung unterwegs und würde mir einfach auch erhoffen, dass man da noch mehr Hilfe findet. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da noch Tipps dann letzten Endes hat. Man kann diese Diskussion fortführen. Man kann eventuell noch anderen Vortrag mal draufsetzen. Wenn ich jetzt hier an der Stelle ein paar Gedanken anstoßen konnte, dann habe ich so mein spontanes Ziel erreicht. Das ist jetzt tatsächlich innerhalb der letzten zwei Tage entstanden, dass ich da was vortragen möchte, weil ich gerade jetzt auch aktuell diese Probleme habe. Aber wenn nicht, dann habe ich dieses spontane Ziel ein bisschen erreicht. Ich bin auch gerne erreichbar unter den angegebenen Daten. Wer die Folien haben möchte, dem kann ich sie gerne verfügbar machen. Wenn ich jetzt irgendetwas fehlerhaft dargestellt haben sollte, dann bitte ich an der Stelle um Verzeihung. Die Ursache liegt einfach in der Spontaneität der ganzen Geschichte heute. Und damit bin ich jetzt auch mit meinem Ding am Ende. Ja, vielen Dank. Es wurde im Internet gefragt, ob die Folien bekommen werden können. Kannst du die irgendwo hochladen oder sollen die Leute dir eine Mail schicken? Wie machst du das? Wo sollten sie hochgeladen werden? Kann ich natürlich machen. Ich werde das mal schauen. Auf jeden Fall, ich habe ja die E-Mail-Adresse da stehen gehabt. Sie steht auch in der Liste ja drin und auch eine Mastodon-Kennung von mir. Da kann man mich also erreichen und ich kann die Folien gern zur Verfügung stellen. Okay, das ist schön. Frage, wie ist es denn mit dem Stichwort Balkon-Kraftwerk? Bei kleineren Anlagen soll es ja administrativ einfacher gehen. Das ist genau dieses Guerilla-Kraftwerk, mit dem ich beginnen möchte. Dieses mit maximal 600 Watt. Also manchmal steht es dann auf dem Papier 650 Watt Peak oder irgendwas. Und der Wechselrichter, der hinten draufgeklebt ist auf das Solarmodul, was man da an den Balkon hängen kann. Man kann das aber auch auf dem Garagendach stellen. Man kann es in den Garten stellen. Man kann es aufs Dach drauflegen, wie eine normale Photovoltaik. Da ist man frei. Aber jedenfalls dieses Ding ist dann tatsächlich, sage ich mal, bürokratisch nur sehr eingeschränkt zu bearbeiten. Das muss also nicht in diese neue Liste eingetragen werden und man kriegt da auch keine Einspeisevergütung. Also wenn das Ding am Laufen ist, dann kann es natürlich sein, dass eine gewisse Menge Strom, auch wenn man es selber nicht verbraucht, ins Netz geht. Aber das muss ich dann als Lieferant quasi tolerieren, dass ich den Strom herschenke. Ich kriege dafür keine Vergütung, muss aber dafür auch den ganzen steuerlichen Akt hier als Erzeuger, mich gemeldet zu haben und so weiter, nicht durchziehen. Ja, eine andere Frage ist, würde eine Stromversorgung komplett über eine kleine USV mit zwei Einspeisungen durch, eine durch den Stromnetzbetreiber und eine durch die PV-Anlage, das nicht lösen? Ja, eine kleine USV, über eine kleine USV denke ich mit meinem ganzen IT-Zeug hier auch manchmal nach. Aber die leistet halt nur wirklich sehr, sehr kurze Zeit was. Wenn man ganz ehrlich ist, Stromausfälle sind meistens länger als diese kleinen USVs das irgendwie schaffen. Deshalb habe ich da immer Abstand genommen davon. Aber ich meine, denkbar ist es natürlich schon, so einen Weg zu machen. Letzten Endes ist es aber ja eigentlich auch gar nicht zwei verschiedene Eingänge. Denn auch dieses Balkonkraftwerk hängt ja über einen WLAN-Stecker, wenn es korrekt installiert ist. Wenn es inkorrekt installiert ist, über einen normalen Schuko-Stecker, den man dann aber immer richtig reinstecken muss. In der normalen Steckdose und damit im normalen Hausnetz. Und wenn ich da meine Mini-USV habe, dann ist das für die nichts anderes. Der Strom kommt eben aus dem Hausnetz. Nur dass in dem Moment halt ins Hausnetz vielleicht was von meinem Balkonkraftwerk eingespeist wurde. Ja, vielen Dank. Es gab viele Fans für deinen Vortrag. Okay. Schön, dass du da warst. Dann würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Vortrag. Die Zerstörung des WWW mit NWNG. Ja, ich hoffe, bei mir funktioniert alles auf Anhieb. Ja, wir können dich sehen und hören. Sehr schön. Okay, wunderbar. Genau, ich möchte euch ein bisschen was über die Zerstörung des WWW erzählen. Und dazu möchte ich erstmal einen kleinen Kontext geben. Ganz zum Anfang, ich habe keine juristische Ausbildung. Also dieser Vortrag ist keine Rechtsberatung oder sonst irgendwas. Darüber solltet ihr dann mit einer Anwältin bitte sprechen. Genau, der Hintergrund meines Vortrags ist, dass das Thema Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft ein immer größeres wird und es auch insbesondere in der EU ab 2025 für den privaten Sektor ein verpflichtendes Barrierefreiheitsgesetz gibt oder geben wird. Dass spezielle Barrierefreiheit an Webdienste wie E-Commerce und so weiter in Rechtsform erstmals in der Europäischen Union umsetzen wird. Und eben weil das in immer mehr Bereichen dadurch verpflichtend wird, machen sich Firmen jetzt reihenweise in die Hose, weil sie ihre Dienste, Services und Angebote eben nicht barrierefrei gestaltet haben. Und die da jetzt erstmal einen großen Aufwand haben, das Ganze anzupassen an die geltende Rechtslage. Und natürlich ist es so, wo da so eine Nachfrage entsteht, erscheinen auch eine Menge an Firmen, die versuchen, dieses Problem zu lösen. Und da gibt es wirklich, wirklich viele Firmen, die automatisiertes Testen auf WCAG-Compliance anbieten. WCAG, ganz kurz erklärt, das sind die offiziellen Guidelines des W3C, wie man Webinhalte barrierefrei kriegt in einem möglichst großen Umfang. Das ist eine sehr, sehr lange Liste, das hört quasi nicht auf. Und es wird auch immer weiterentwickelt und so weiter und so fort. Natürlich sind einige Kriterien, die diese W3C im WCAG festlegt, maschinell zu überprüfen. Das ist ganz gut möglich, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt allerdings auch einige, bei denen das durchaus überhaupt nicht möglich ist. Da muss dann manuelles Testing ran. Da haben wir ein Problem, das ist sehr teuer. Ja, deswegen gelten diese Dinge aus meiner Sicht erstmal nur als sehr, sehr gutes Development-Werkzeug. Das ist sehr gut, wenn man das nebenbei haben kann und das einfach mitläuft und EntwicklerInnen darauf hinweist, okay, hier könnte es jetzt ein Problem geben für die Barrierefreiheit, schau dir das mal an, überprüft es mal und so weiter und so fort. Genau, und natürlich bieten die das auch an mit einer gewissen juristischen Absicherung und so weiter. Jetzt haben wir aber schon festgestellt, diese ganze Geschichte ist relativ begrenzt, was automatisiert möglich ist. Und deswegen sind da auch noch andere Firmen aufgetaucht und die versuchen, diese automatisierten Testing-Dienste mit automatisierten Behebungsdiensten quasi zu verbinden. Und das resultiert dann in solchen komischen Dingen wie Accessibility Overlays. Das bekannteste davon ist wahrscheinlich Accessibility. Das würde ich euch jetzt gerne per Screenshare einmal als Beispiel zeigen, was das so tut auf seiner eigenen Seite. Genau, hier. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, wir können es sehen. Sehr schön, okay. Genau, das hier ist die Website von Accessibility und man kann das hier unten rechts in der Ecke sehen. Da ist dieses kleine Accessibility-Icon. Und wenn man das mal aufruft, dann kriegt man hier eine ganz schöne Reihe an Dingen vorgeschlagen, die man mit Accessibility machen kann. Hier haben wir schon das erste Problem. Diese Liste ist sehr, sehr lang und niemand wird das für jede Website einzeln einrichten können. Und ein weiteres Problem dieser Sache ist, dass sehr, sehr viele dieser Einstellungsmöglichkeiten erst mal schon über das mobile oder meistens über mobile Betriebssysteme wie Android und iOS eben schon getätigt werden können, sodass das eine Website quasi einfach nur per CSS oder JavaScript abrufen kann und in barrierefreies Markup umsetzen kann, sodass es dann wirklich nutzbar ist. Also, es gibt hier wirklich viel und es gibt auch viele Dinge, mit denen man was kaputt machen kann. Ich muss mal kurz gucken. Hier zum Beispiel, ja, scheinbar ist es gerade komplett kaputt. Ich will das mal kurz. Genau, dann sieht es zum Beispiel so aus, wo wir auch schon beim Punkt sind. Diese Accessibility-Overlays machen viele Dinge sehr, sehr schnell kaputt. Und das ist eigentlich nicht tragbar, dass solche Dinge passieren, aber das ist gar nicht mal die Hauptsache. Das sind so Sachen, die sind durch den User steuerbar. Diese Firmen, die diese Dienste anbieten, werben ganz krass mit Buzzwords wie zum Beispiel AI und bieten dann damit Screenreader-Navigation, Screenreader-Unterstützung, Keyboard-Navigation an. Also, alles, was man auch unter Accessibility zählt und was dazu gehört. Und was da passiert, ist wirklich zum Teil sehr, sehr schrecklich, denn dadurch werden Seiten meistens komplett unbenutzbar und verlieren jegliche Struktur einfach dadurch, weil dieses AI-Tool nicht verstehen kann, was auf dieser Website in diesem Service überhaupt angeboten wird und was der Kontext davon ist. Genau, eine weitere interessante Sache von Accessibility ist, dass selbst die eigenen Terms of Service dieses Dienstes erstmal einfordern, dass man schon eine WCAG-compliente Seite hat, ehe man dieses Ding überhaupt benutzen kann und die juristisch belangbar sind. Genau, die haben auch WordPress-Reviews gefälscht, mutmaßlich und es gibt eine Reihe anderer Dinge, in die sie sich irgendwie verzwickt haben. Es ist nicht nur Accessibility, es sind auch eine Menge andere Anbieter von Services dieser Art. Ich würde im Fragenpad mal einen sehr, sehr interessanten Blogpost verlinken von Adrian Roselli, das ist ein bekannter Accessibility-Experte und würde euch einfach mal darum bitten, schaut euch doch mal diesen Krimi an, es ist wirklich spannend und setzt diese Services nicht ein, sondern setzt euch, wenn dann, intensiv mit Accessibility auseinander, wenn ihr in der Situation seid, das nachbessern zu müssen. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ja, genau, mach deinen Link da noch in das Pad. Vielleicht können wir noch hinzufügen, dass jetzt so für die Chaos-Zone es ja auch das Inclusion Operation Center gibt, wo ihr geholfen werden könnt, wenn ihr also für euer OC Fragen habt zu Web Accessibility. Gut, ich sehe keine Fragen zu dem Vortrag, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Vortrag weitergehen. Vielen Dank. Digitalprojekt, Digitalpolitik endlich ernst nehmen mit Tomatens. Jo, ähm, dann teile ich mal den Bildschirm, den ihr jetzt hoffentlich seht. Ja, wunderbar. Ja, Digitalpolitik endlich ernst nehmen, ich gebe euch mal in fünf Minuten einen Einblick in die formalen Strukturen von Hamburg, ähm, ja, mal sehen, ob das klappt. So, fangen wir an, wir haben eine Exekutive und eine Legislative und, äh, die Judikative gibt es natürlich auch, weil die ist jetzt für die Betrachtung hier nicht so relevant. Ähm, die Exekutive wird angeführt von dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und, ähm, es gibt natürlich noch viele weitere Senatoren und jeder hat seine eigene Behörde unter sich. Die heißen, die Ministerien heißen Hamburg Behörden und, äh, das, was sonst eine Staatskanzlei ist, ist in Hamburg eine Senatskanzlei. Und über die übt Peter Tschentscher politische Verantwortung aus und in der ist auch Digitalisierung organisiert in Hamburg. Das ist jetzt nicht das Schlechteste, man könnte ja sagen, das ist Chefsache und nicht irgendwie Kauderwelsch irgendwo verteilt und andere Behörden, wenn die jetzt Digitalisierungsprojekte machen wollen, dann beantragen sie Projekte bei der Senatskanzlei, da gibt es, sagen, ein Topf für und aus diesem Topf, also Geldtopf, werden dann Projekte finanziert, ähm, sei es, dass da SOMAS eingeführt wird oder ähnliche Geschichten, dass wir ein Bürgerin-Portal machen, Fachverfahren, so heißt sozusagen Software in Behörden-Deutsch, ähm, angepasst wird. All das sozusagen wird davon koordiniert. Das heißt dann vom Operativen her gar nicht mehr so schlecht, dass es zentral verwaltet und organisiert wird. Es gibt auch einen Chief Digital Officer der Stadt Hamburg, der auch tatsächlich Kompetenz hat, man mag es kaum glauben. Ähm, ich komme jetzt aber zum Problem, dafür rede ich über die Legislative, sitzt hier im Rathaus, links von dem Turm ist die Parlamentsseite, rechts davon die Senatsseite und, äh, die Bürgerschaft, das ist, sagen wir, das Parlament, das Landessparlament von Hamburg, hat ein Plenum und sehr viele Fachausschüsse, zum Beispiel ein Europa-Ausschuss, ein Gesundheitsausschuss, Haushaltsausschuss, etc. Das sind alles sogenannte Fachausschüsse, die sich mit ihren jeweiligen Themenbereichen beschäftigen. Da könnte man sich ja überlegen, ja, Hamburg hat ja auch irgendwie sehr viele Hochschulen, die Informatik anbieten, haben wir dann einen Fachausschuss für Digitales, der dann sowas machen könnte, wie politische, also parlamentarische Aufsicht. Zum Beispiel Expertinnenanhörungen veranstalten, wo es im Nachgang eine Senatsbefragung gibt. Und der Senat dann zu Protokoll in der Öffentlichkeit sagen muss, was zum Beispiel die Sache ist. Wie sieht's aus, äh, mit denen und denen Sachen, läuft das so wie erwartet, etc. So wie das in allen anderen Fachausschüssen läuft. Ähm, und dieser Ausschuss könnte dann Anträge beraten oder Gesetzesvorhaben und das dann als Empfehlung an das Plenum geben, was dann formal die letztliche Entscheidung trifft. Das Problem ist aber, einen solchen Fachausschuss Digitales haben wir in Hamburg nicht. Das heißt, es gibt im Prinzip keine parlamentarische Aufsicht über das Thema Digitales. Maximal, es gibt einen Unterausschuss des Haushaltsausschusses. Da geht's aber nur ganz spezifisch um Haushaltsfragen. Der kann sich auch nicht selbst mit Dingen beschäftigen, sondern wird einberufen vom Haushaltsausschuss. Und entsprechend ist der Fokus da ziemlich eingeengt. Ähm, was für Korrekturmöglichkeiten gibt es dann, ähm, für die Digitalpolitik in Hamburg, während aller Legislatur? Im Prinzip keine öffentlich belastbaren. Es gibt eigentlich nur die Wahl alle fünf Jahre. Und da die Senatskanzlei direkt vom ersten Bürgermeister abhängt, oder der ersten Bürgermeisterin, kommt es darauf an, wer die Regierungskoalition anführt, wer Digitalisierung also umsetzt. Und das macht es sehr schwierig, da, wenn man sich die Geschichte von Hamburg seit 1949 anguckt, da eine Regierungsänderung an der ersten Stelle hinzubekommen. Es ist nur selten passiert, dass da zum Beispiel, dass in Hamburg nicht die SPD an erster Stelle war. Ähm, die zweite Option ist natürlich der Koalitionsvertrag. Aber, wie wir wissen aus, ähm, Covid, das kann passieren, während einer Legislatur, dass unvorhergesehbare Dinge passieren. Und dann muss ja spontan agiert werden. Das ist vielleicht gar nicht im Koalitionsvertrag, ähm, beschrieben worden. Und, ja, ähm, das geht leider nicht. Was kann man tun? Ähm, für die Wahl 2025 spätestens allen Parteien eine Zusage abdringen, dass sie so einen Fachausschuss wollen. Bewusstsein in der Öffentlichkeit und bei Abgeordneten schaffen, öffentlichen Druck aufbauen. Und davon hängen dann halt auch so Themen ab, wie Datenschutz, Open Source und dass Informatik insgesamt eine höhere Relevanz in der Bürgerschaft bekommt. Und, um, damit dann hoffentlich, äh, Hamburg nicht nur schöne Schlagworte hat, sondern auch tatsächlich Digitalisierung mehr vorantreibt. Und das war's dann auch schon. Und, ja, Kontakte gibt's dann auch, ähm, Vicky, ähm, dem Pad. Jo. Ja, vielen Dank. Ähm, jemand, äh, fügt hinzu, die Uni Hamburg streicht tatsächlich auch Informatikstellen und Studienplätze. Das macht's tatsächlich besser. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, aber das passt jetzt nicht rein. Ja. Ja, es gibt, äh, keine Fragen. Ähm, vielen Dank für deinen Vortrag. Dann machen wir mal weiter mit Wo ist Markt? Mit TBS PAS. So, ähm, siehst du schon meine Folien oder siehst du nur mich? Ich sehe dich und schwarzen Hintergrund, aber keine Folien. Okay. Dann scheint das nur mit den Folien zu gehen. Okay. Die Folien sehe ich. Ja. Allerdings ist da, jetzt sind auch doch die Controls mit bei. Ah, Loading. Jetzt. Wunderbar. Okay. Ja, ähm, herzlich willkommen zu meinem Kurzvortrag über Wo ist Markt? Ein Projekt, das es seit sechs Jahren gibt. Ähm, hier geht's um Wochenmärkte, da wo man Gemüseblumen etc. kaufen kann, aber auch Flohmärkte, ähm, und alle anderen Märkte, die euch so einfallen. In Hamburg gibt es zum Beispiel auch einen Fischmarkt. Und, ähm, das Projekt ist eine Webseite, da kann man die Märkte einer Stadt finden. Ähm, und letztendlich beantwortet das Projekt zwei Fragen, wo ist der Markt und wann ist der Markt? Und diese Informationen seht ihr auf der Karte. Ähm, und ihr könnt halt oben eure Stadt auswählen. Und dann auch nochmal eure, euren Standort lokalisieren. In größeren Städten gibt es ja durchaus ein paar mehr Märkte. Und dann will man den finden, der in der Nähe ist. Dann kann man hier oben filtern, nach jetzt, heute und alle Märkte. Ähm, genau. Und dann in den, äh, Icons finden sich die eigentlichen Marktinformationen. Das, was ich eben gesagt habe, eine Adresse und auch noch die Uhrzeit. Und der Tag, an dem der Markt stattfindet. Und, äh, die Daten kommen natürlich auch von irgendwo. Ähm, es handelt sich um so ein Open Data Projekt hier. Das heißt, die Daten kommen oft von der Stadt. Und, ähm, werden hier auf der Karte einfach nochmal ein bisschen, äh, zugänglicher angezeigt. Weil auf den Webseiten der Städte ist es oft eine Tabelle oder PDF oder sonst irgendwas. Aber halt keine Karte und eine Karte soll es einfach machen. Äh, das Ganze funktioniert auch auf dem Smartphone. Sieht dann so aus. Und es sind mittlerweile 79 Städte in Deutschland dabei. Das ist im Moment noch ein manueller Prozess. Das heißt, es muss Leute geben, die diese, ich nenne das Patenschaft, übernehmen und sagen, ich mache für meine Stadt diesen Eintrag und kümmere mich auch darum. Weil, nichts ist schlimmer als veraltete Daten. Wenn das in einem Jahr oder so oder im Sommer und im Winter sich ändert mit den Märkten, dann, äh, sollte man das auch aktualisieren. Ähm, vielen Dank dabei an die ganzen Leute, die mitgemacht haben. Da gibt's, äh, mehr als 71 Leute. Das sieht man, da passt ungefähr zu der Anzahl der Städte. Und natürlich kann man ja jetzt auch selbst mitmachen. Also, jeder wohnt irgendwo und jeder geht vielleicht auch mal auf den Markt. Und das ist ganz einfach. Da gibt's so ein, äh, kleines Datenformat. In JSON ist das formuliert. Und da trägt man die Informationen ein. Ähm, das kann man natürlich auch automatisieren. Wenn man jetzt schon von der Stadt auf der Webseite die Daten hat, dann, äh, wäre es cool, wenn man da ein kleines Skript schreibt, dass das automatisch immer überprüft. Und, ähm, so kann man dann die Daten seiner Stadt eintragen. Genau. Ähm, auf dem GitHub-Repository, da gibt's halt, äh, alle möglichen, ähm, Sachen zum Mitmachen. Die sind auch mit Labels gekennzeichnet. Und auch alle möglichen Arten. Also, nicht nur Code und, äh, Design. Man kann natürlich an der Webseite selbst auch arbeiten. Aber man kann halt auch einfach wirklich nur die Daten hinzufügen. Ähm, und, genau, die sind auch nochmal ein bisschen klassifiziert. Also, einfache Sachen und, äh, schwierige Sachen. Und es gibt auch einen Einsteiger, äh, Guide, äh, wo beschrieben ist, wie man die Daten da hinzufügt. Letztendlich muss man da drei Dateien bearbeiten. Die sind hier aufgeführt. Also, die Stadt, ähm, dann die Städte-Liste und die Readme-Datei. Genau. Ähm, ja, man, äh, kriegt auch Feedback, wenn man was, äh, hinzufügt. Dann werden die Daten überprüft, ob das im richtigen Format ist. Man kann das ausprobieren. Da gibt's hier so einen Link, äh, bei GitHub. Dann kann man draufklicken. Dann sieht man quasi die Webseite schon, bevor die live geht. Und, ähm, sieht dann sofort, ob es funktioniert hat. Und, ähm, ich oder jemand anderes meldet sich dann auch und, äh, guckt da rein, ob das alles passt. Genau. Das ist eine Einladung zum Mitmachen. Ähm, ist alles open source, findet man auf GitHub. Ansonsten, ähm, 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 gibt's auch noch, äh, andere Sachen. Ich mach mal meine Präsentation aus. Und zwar. Jetzt sollte ich zu sehen sein. Ja, du bist zu sehen. Genau. Es gibt auch dieses formschöne T-Shirt. Das kann man sich auch gerne selbst basteln. Ähm, da gibt's auf dem GitHub Repository die entsprechenden, äh, Vektorvorlagen. Und, äh, wer möchte, der kann auch so eine Sticker bekommen. Da gibt's, äh, von den 5000, die ich mal drucken lassen habe, auf jeden Fall noch ein paar zum Vergeben. Das heißt, äh, meldet euch einfach. Dann kann ich euch die schicken. Oder ihr druckt euch die selbst. Die Vorlagen sind verfügbar. Ähm, genau. Ich hab jetzt schon gesehen, dass es, äh, Fragen im Pad gab. Ich hab das auch schon versucht zu beantworten. Ähm, da gab's einmal die Frage nach, äh, Open Street Map und, äh, einer Integration. Das gab's tatsächlich schon mal als Vorschlag, das Thema. Finde ich auch super. Ähm, hat einfach noch jemand dran gearbeitet. Ähm, letztendlich wär's halt cool, die, die Daten nicht nur in diesem Projekt zu kapseln, sondern mit Open Street Map abzugleichen und zu gucken, wie kommen die da zueinander, äh, und wie kann man das aktuell halten. Und da, das hat natürlich auch das Potenzial, dass, ähm, viel mehr Städte reinkommen können. Und die zweite Frage, die ich gelesen hab, war, ähm, bezüglich der Bedienung, also, ähm, ob, ob man Städte nicht zusammenfassen kann. Also, hier, ich wohne in Berlin, da gibt's halt Potsdam nebenan. Und wenn man da auf die Karte guckt, dann ist das irgendwie so eine große Fläche und man könnte die gleichzeitig anzeigen. Und das ist auch ein Punkt, da wurde schon mal dran gearbeitet, dass, den Arbeitsstand gibt's auch noch. Ähm, das könnte man quasi einfach dann auf der Webseite zusammenfassen und, äh, gemeinsam anzeigen. Genau, ähm, letztendlich ist es, äh, liegt's da dran, dass es einfach noch niemand gemacht hat. Ähm, wir brauchen für das Projekt quasi Patenschaften für Städte. Also, jemand, der in seiner Stadt Bock hat, das zu machen, der ist herzlich eingeladen, oder dies. Und, ähm, und dann gibt's natürlich auch, äh, Code-Verbesserungen, die man machen kann, so wie die eben angesprochenen. Und, ähm, ja, ihr seid herzlich eingeladen. Jetzt kommt noch eine Frage rein, glaube ich. Ja, ähm, vielen Dank für deinen Vortrag, ähm, und dass du gleich alles beantwortet hast. Ähm, wir müssen jetzt auch wirklich Schluss machen. Es dürfen gerne nochmal alle Vortragenden in die Kamera winken, wenn sie wollen. Ähm, also, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch alle nochmal sichtbar machen. Ähm, danke für die Vorträge. Ähm, und danke natürlich auch an die Zuschauenden, ähm, und eure Fragen. Ähm, es gibt jetzt ganz kurz Pause und 16.20 Uhr geht es weiter mit kritischen Infrastrukturen in Pandemiezeiten mit Honkase. Ähm, habt noch ein schönes Divock und, ähm, bis bald. Danke für die Lightning Talks. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020